So, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit den Bundesliga-Tipps. Erste Bundesliga, wir haben gerade eben erst die Zweitliga-Tipps aufgenommen, für euch war es gestern. Das heißt, hier natürlich auch gerne direkt mal ein Däumchen da oben dalassen, ein Abo dalassen, unten eure Tipps reinschreiben. Und dann könnt ihr euch zurücklehnen und uns zuhören, wie wir jetzt die Bundesliga durchtippen werden mit ganz, ganz interessanten Spielen. Richtig geiler Spieltag. Und vor allen Dingen sehr schwierig zu tippen in den Spielen. Wie ihr wüsst, werden wir wahrscheinlich auch ein paar Falschergebnisse dabei haben. Nee, die sind alle immer richtig. Die sind alle, wir sind Qualitätstipps, ist richtig. Ja, und jetzt kann Felice was sagen und ich blende euch in der Zwischenzeit die Spiele ein. Ja, wir gehen auf die 6.000 Abonnenten zu. Vielen Dank dafür. Wäre ja cool, wenn wir das noch vor Jahreswechsel knacken könnten. Dann hätten wir innerhalb von neun bis zehn Monaten 6.000 Abonnenten hier gewonnen. Und vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit dem Freitagsspiel. Das ist nämlich Hoffenheim gegen Bochum. Und was ganz lustig ist, weil ich ja immer Bochum zu Hause sage, ja zu Hause, da holt Bochum was. Die haben ja im letzten Spiel das erste Mal zu Hause gewonnen. Die sind dieses Jahr auswärts gar nicht schlechter als zu Hause oder ähnlich. Und Hoffenheim unfassbar auswärts stark, unfassbar heimschwach. Hoffenheim hat in sechs Heimspielen erst vier Punkte gesammelt. Platz 15, glaube ich, in der Auswärtstabelle. Ich glaube aber tatsächlich in diesem Spiel, dass die Hoffenheimer, weil sie haben ja eigentlich gegen Gladbach nicht schlecht gespielt. Ich glaube, dass sie jetzt zum Ende des Jahres eben nochmal ein paar Punkte zu Hause holen wollen und auch werden. Sie sind für mich individuell sowieso die bessere Mannschaft. Sie sind immer noch oben, weil auch nicht wirklich da die Konkurrenz dauerhaft punktet. Deswegen sind sie immer noch auf Platz sechs. Ich würde hier mit einem 3 zu 1 für Hoffenheim in den Ring gehen. Das ist sehr interessant, weil ich habe 1 zu 1. Ich glaube, Bochum holt einen Punkt auswärts. Auch wenn ich Bochum heim wiederum eigentlich stärker finde oder auch vom Fußball einfach nochmal anders finde. Glaube ich, Hoffenheim spielt für mich so schwankend. Die haben manchmal Spiele, die haben die phasenweise einen richtig guten Ball. Dann schlaffen die ein, nehmen irgendwie Gas von der runter einfach, aber so aus dem Nichts. Das haben die auch gegen Bremen schon gemacht, wo du so manchmal denkst, jetzt kommen sie und dann hört es einfach auf. Die haben natürlich ein paar Spieler, die die vor allem immer mitreißen, wie auch Bayer. Aber ich glaube wirklich, dass Bochum mit einer kämpferisch starken Leistung hier einen Punkt holen könnte. Das ist Tipp 1 zu 1. Was tippen wir ein? Du hast 3 zu 1, ne? Na, mach mal 1 zu 1, den Außenseiter-Tipp. Dann haben wir das Spiel Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Übrigens, da nochmal Glückwunsch an Mönchengladbach. Die sind nämlich gestern weitergekommen im Pokal. 120. Wahnsinn, ne? Und weißt du, was geil war bei dem Tor? Ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut, von Neuhaus vorbereitet. Da siehst du richtig, der wollte nochmal all seinen Speed, den er noch irgendwie aufbringen kann, in diese letzte Vorbereitung legen, wie er da in dieses Laufduell geht. Der dachte, ey, das ist jetzt die letzte Aktion, ich sprint jetzt einfach an dem vorbei und flankt dann auf Manu Kornet und dann 1 zu 0. Ich hatte ja genau andersrum getippt. Gladbach generell scheint jetzt ergebnistechnisch ein bisschen angekommen zu sein, ein bisschen gefestigt zu sein, ein bisschen die Defensive besser hinbekommen zu haben. Und bei Union, ey, das ist eine wilde Konstellation. Gladbach hat erst Dienstag das letzte Mal gespielt, Union vor über einer Woche, weil das Spiel ja ausgefallen ist. Das würde ich schon sagen, dass das Union in die Karten gespielt hat. Die hatten ja dieses wirklich schlechte Spiel gegen Braga. Und hätten sie jetzt mit dem neuen Trainer gleich irgendwie eine 5-0-Abfuhr bekommen gegen Bayern, wäre das, glaube ich, nicht gerade förderlich gewesen. So konnte sich der Trainer anderthalb Wochen mit der Mannschaft zusammen hinsetzen und vorbereiten, wenn gleich, ich glaube, die sind ja schon abgereist, das weiß ich gar nicht. Aber, ja, es ist schwierig für mich zu tippen. Ich kann irgendwie mir einfach nicht vorstellen, dass mit diesem Kader Union das Ruder nicht rumgerissen bekommt. Deswegen sage ich aufgrund des Heimspiels von Union 2-1 für Union gegen Gladbach. Passt perfekt. Ich hatte nämlich auch 2-1 getippt. Ich glaube auch, dass Union das macht. Also da, die haben jetzt echt lange Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Natürlich haben sie sich erstmal eine Woche auf das Bayern-Spiel vorbereitet, auch wenn es ausgefallen ist. Aber du kannst halt das Ganze ja dann wirklich relativ schnell umwurksen und sagen, jetzt geht es auf hier nach, oder sind wir zu Hause gegen Gladbach. Und Gladbach finde ich trotz dessen auch heimatraktiver oder besser noch als auswärts. Ich weiß gar nicht, wie es rein von der Statistik aussieht, aber einfach von der Wahrnehmung her würde ich das sagen. Ich glaube aber auch, dass Gladbach echt mittlerweile richtig, also ich finde, allgemein, Gladbach-Spiel kannst du dir richtig gut angucken in dieser Saison. Und die sind auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt auch im Pokal weitergekommen. Wie gesagt, da auch nochmal Glückwünsche. Dennoch glaube ich, dass Union irgendwann müssen, die mal anfangen, ihre Siege zu fahren. Ich glaube, dass das jetzt einfach, weil eben Gladbach gestern bis in die 120. auch noch musste und weil eben Union im eigenen Stadion mehr Vorbereitungsszeit hat, dass das die Berliner gewinnen werden. Ja. Eintracht Frankfurt, die Unioner. Ja, das ist so ein Ding bei euch, ne? Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. Ja, da... Ja, Frankfurt ist ja für gewöhnlich schon mal eine Mannschaft, die ab und zu mal die Bayern geärgert hat. So im Heimspiel das letzte Mal, da habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 2021-2-1 gegen die Bayern gewonnen. Dann 1-1 hier am 18. Spieltag letzter Saison. Aber dann gab es halt auch dieses 1-6 zu Hause gegen die Bayern Anfang letzter Saison. Ja, Frankfurt weiß ich noch nicht so richtig. Die spielen ja jetzt gleich im DFB-Pokal gegen Saarbrücken. Da können sie ja eigentlich nur verlieren, wenn man mal so überlegt. Bayern hat ja jetzt noch eine Woche mehr Zeit für Regeneration. Aber es ist in... Ich sage... Ich finde Frankfurt nicht schlecht. Ich glaube, die werden ihre Entwicklung gehen. Ich glaube, die machen das auch derzeit alles richtig. Haben ja unter der Woche auch, wurde ja verkündet quasi, dass Nathaniel Brown nächstes Top-Talent wechseln wird zu der Eintracht. Also ich finde, die gehen da einen richtigen Weg. Aber ich glaube, Status Quo jetzt ist Bayern einfach stärker und gewinnt auswärts mit 2 zu 0, sage ich. Ja. Ich habe 4-0 Bayern. 4-0? Ja. Ich glaube, dass Frankfurt da gar nichts wird. Mir gefallen die auch nicht so gut. Auch wenn es hier zwei Leute, glaube ich, aufregen wird. Habe ich auch schon gesehen gehabt. Ich stehe scheinbar... Frankfurt ist das Kiel der ersten Liga. Ja, ja. Dabei habe ich... Also ich glaube auch, dass bei Frankfurt langfristig, dass das da nochmal eine andere Nummer wird. Aber ja, ich sehe da einfach überhaupt nichts. Ich glaube, dass die Bayern vor allem aufgrund ihres abgesagten Spiels richtig heiß sein werden. Die mussten jetzt beim DFB-Pokal zuschauen. Das ist für die sowieso so ein Unding. Die werden so heiß sein, dass egal, wie man Frankfurt gerade sieht, sage ich, ist gegen die Bayern jetzt am Wochenende nichts zu holen. Kann auch falsch liegen, aber davon gehe ich einfach aus. Das ist aber echt schwer, die Tipps Mittwoch. Aber wir müssen in Zukunft versuchen, die Donnerstags zu machen, wenn die Champions League und DFB-Pokal vorbei ist. Wolfsburg gegen Freiburg. In Wolfsburg aber. Das ist schon wieder so, wie soll man das tippen. Aber Wolfsburg, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die gegen Freiburg zu Hause verlieren, ich glaube, irgendwann wird es auch mal eng für Niko Kovac. Jetzt ist er aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. In der Bundesliga, in der Tabelle, klar, dieser Sieg gegen Leipzig, aber 16 Punkte, also Bochum ist auch noch drei Punkte hinter denen. Ich meine, in Reichweite ist ja Hoffenheim, sind ja nur vier Punkte, aber das kann sie auch vom Spielerischen her. Das war auch gestern wieder nicht das Gelbe vom Ei, wo man erstmal natürlich keine Fehler machen will. Aber spielerisch überzeugt mich Wolfsburg unter Kovac überhaupt nicht. Und ich sage weiterhin, wir sehen es bei Augsburg, was sie für eine Entwicklung gemacht haben mit dem neuen Trainer. Der Kader ist besser als das, was sie bisher zeigen. Und jetzt ist die Frage, kriegen sie nochmal die Wende hin mit Kovac oder wird die Kritik richtig laut? Ich tippe hier tatsächlich 2-1 auf Freiburg. Das ist perfekt, ich habe auch 2-1 Freiburg. Ich glaube, nachdem jetzt Wolfsburg im Pokal rausgeflogen ist, werden die sich jetzt nicht in dieser Kurzzeit so fangen können, dass man sagt, okay, und jetzt gegen Freiburg holen wir da die drei Punkte. Sehe ich einfach nicht. Ich glaube, dass die Freiburger da eher motivierter sind und dass die auch das Ding ziehen werden. Ich glaube trotzdem, dass es ein enges Spiel wird. Aber ich habe so ein 2-1 für Freiburg total im Gefühl irgendwie. Zwei Standards und dann einmal Gregoritsch. Genau, sowas, in so eine Richtung. Das könnte ich mir auch richtig vorstellen. So relativ langweiliges Spiel für neutrale Zuschauer, aber sehr kämpferisches, engagiertes Star. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo du zuerst sagen musst, und zwar Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt, was ihr da draußen tippen werdet. Ich meine, ich habe ja auch immer meine Tipps bei mir auf dem Kanal, aber ich finde es hier nochmal speziell interessanter sogar. Ja, weil da mehr verschiedene sind. Genau, von verschiedenen Fans halt die Aussage dann auch kommt. Deswegen schreibt es unbedingt mal rein. Aber jetzt sag du erstmal gerne. Also ich glaube, dass Bremen, dass es irgendwie dieser Zyklus unter Ole Werner positiv überraschen wird, wie sie auftreten werden. Sie hatten jetzt das Spiel gegen Stuttgart, was wirklich eine Katastrophe war, wo man wirklich, das hatten wir ja gesagt, wo das Ergebnis das Beste am Spiel war. Das 0 zu 2. Augsburg ist natürlich eine Mannschaft, die unter Torup noch ungeschlagen ist. Wie eben gerade gesagt, ruft ihr Potenzial mittlerweile ab. Ist ja mittlerweile sogar schon oben dran. Also die sind ja drei Punkte hinter Hoffenheim. Dann können sie oben mitspielen. Ist für sie natürlich auch eine Chance. Ich glaube, dass Bremen in diesem Spiel aber irgendwie alles reinwerfen wird. Und deswegen gehe ich hier mit einem Unentschieden. Bei Augsburg fallen ja in letzter Zeit auch häufiger mal mehr Tore. Die sind relativ effektiv. Ich sage, es gibt ein 2 zu 2. Und Bremen kann zumindest erstmal diese Talfahrt beenden. Und man kann sagen, die haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Und dann ist erstmal wieder ein bisschen Ole Werner aus der Schusslinie, weil sie so ein gutes kämpferisches Heimspiel gemacht haben. Ja, das ist ja so ein Klassiker irgendwie. Und dann verlieren wir 4-0 gegen Gladbach, weißt du, in Gladbach oder so. Also so wäre jetzt mein Tipp von außen. Ich bin natürlich nicht so nah dran. Ich habe das Spiel gesehen gegen Stuttgart. Das war schwach. Augsburg schätze ich eigentlich im Moment stärker ein. Aber ich glaube, Bremen wird jetzt wieder alles reinwerfen. So wie man es oft dann mal gesehen hat, wo es dann eben mal wieder Spiele gab, die okay waren. Wie zum Beispiel gegen Mainz oder so. Ja, also die Sache ist halt, die ist trüb natürlich, diese Heimtabelle trüb. Weil wir halt wirklich gegen die Mannschaft gewonnen haben, die halt gar nichts gewissen haben. Mit Mainz, Köln und Union Berlin. Das sind unsere drei Siege. Klar, am Ende nehmen wir die und freuen uns darüber. Aber das ist auch so dieses Mindeste gegen die dann zu gewinnen. Weil die halt in einer absolut schlechten Phase waren. Augsburg, da treffen wir jetzt auf eine Mannschaft, die wirklich in einer richtig guten Phase ist. Ungeschlagen ist. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie gegen Augsburg gewinnen. Leider glaube ich es nicht. Wünschen würde ich es mir natürlich sofort. Aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden gegen Augsburg. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie einen Punkt holen. Weil jeder Punkt zählt halt jetzt wirklich vor dem Winter nochmal. Auch wenn das natürlich die Situation jetzt, wahrscheinlich für Ole Werner wäre es sehr gut. Muss man dazu sagen. Weil auch einen Punkt würden die sagen, ja guck mal jetzt hier, weißt du. Aber eigentlich würde der Punkt nicht viel bringen. Trotzdem glaube ich, dass man hier einen Punkt holt. Dadurch, dass du 2-2 getippt hast, kann ich so oder so 2-2 eintippen. Musst du ja. Muss ich ja praktisch. Wäre aber tatsächlich auch mein Tipp gewesen jetzt. Weil ich nicht glaube, dass wir gewinnen. Ich hoffe aber auch nicht, dass wir verlieren. Und will es einfach nicht so, weißt du. Ich will jetzt nicht an eine Niederlage glauben im Heimspiel da. Ja, genau. Heidenheim gegen Darmstadt. Das Duell der Aufsteiger. Ja. Und da sehe ich gerade jetzt bitter natürlich für Darmstadt mit Marvin Mehlem, länger raus, ne? Ja. Sehe ich Heidenheim ganz vorne. Übrigens, das ist ganz interessant. Hast du das Gerücht gesehen um Jan-Niklas Beste? La Liga dran und allem Möglichen, ne? Fiorentina und so. Ja, ja, ja. Das ist schon krass, ey. Sieht mal WM-Markt wert, ja. Jan-Niklas Beste. Und ich sage ja, Jan-Niklas Beste, Kleindienst und Dingschi, die wieder vereint sind, werden auch Darmstadt zerlegen. Ich sage 3-0 Heidenheim in einem Heimspiel. Die tippen gerne dein Ergebnis ein, einfach weil es geiler aussieht. Ich habe 3-2 Heidenheim. Ich glaube nämlich auch, dass Heidenheim gewinnt. Ich glaube, dass es torreich wird. Ich glaube aber, dass Darmstadt so zwei Standard-Tore macht. Am Ende aber Heidenheim gewinnen wird. Ich bin aber voll bei dir. Ich glaube auch, dass Heidenheim drei Tore schießt und ich glaube auch, dass sie die gewinnen. Können gerne das 3-0 mitnehmen, sieht besser aus. Tut mir natürlich sehr leid für die Darmstädter, weil das wäre eine Wirkungsniederlage. Wären jetzt gerade im Zwischenstand Platz 17. Wir gucken natürlich gleich nochmal auf die Tabelle. Und Heidenheim würde einen guten Sprung nach oben machen, wären so auf Platz 12. Also das wäre man nicht so verkehrt. Dortmund gegen RB Leipzig. Jetzt geht es hier richtig los. Topspiel am Samstag. Ey, Dortmund jetzt zu tippen, bevor die, ich sagte, die gewinnen in Stuttgart auch wieder, obwohl Stuttgart acht Expected Goals hat und dann weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich denken soll. Ach, das ist so schwer. Aber Leipzig überzeugt mich ja auch nicht komplett diese Saison. Deswegen könnte ich mir wirklich einen Heimsieg für den BVB auch vorstellen, gerade weil es eben zu Hause in Dortmund ist und nicht in Leipzig. Ja. Dadurch, dass Dortmund die Ergebnisse holt, ob mir der Fußball gefällt, spielt ja da keine Rolle, aber sie holen die Ergebnisse. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt in Stuttgart passiert. Ich sag 3-1 BVB. Dein Tipp ist völlig irrelevant, weil ich hab 2-2 getippt. Dadurch wird 2-2 eingetippt. Er sagt das doch vorher. Man bräuchte dich so lange rumlabern. Ich sag, mir hörst du mal an. Ich glaube, dass, also ich bin von Dortmunds spielerischer Leistung sowieso nicht überzeugt, aber rein ergebnisläglich haben sie es ja immer wieder dann einiger, was auch Leverkusen haben ja viele Dortmunder, waren ja viel kritischer sogar als Außenstehende. Ja. Das Spiel, also dass Leverkusen ganz klar das Spiel gemacht hat, das haben wir ja alle gesehen, das war ja offensichtlich. Trotzdem ist es irgendwie dieses Zielführende von Terzicja, du holst halt einen Punkt in Leverkusen. Das ist die Mannschaft der Stunde, aber es reicht natürlich nicht, wenn du vor Leverkusen kommen willst. Und da hat mir halt auch das gefehlt, warum haben die nicht auf Sieg gespielt? Also du hast dann später auch noch defensiv gewechselt, Meunier kam dann noch rein, wo es sowieso krass war, dass man mit Meunier auch mal wieder spielen hat sehen. Das hat mich auch überrascht. Wobei der eine sehr starke Flanke gemacht hat. Das war das ja auch Völkow, wo der am Ende noch fast das Ding gemacht hätte. Aber RB Leipzig überzeugt mich auch nicht so wirklich. Und deswegen habe ich 2-2 eingezählt, weil ich glaube, dass das Ding, einfach, es wird ein Unentschieden. Ob es jetzt wirklich am Ende 2-2 wird, kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube definitiv, dass es ein Unentschieden wird. Für die Leipziger eigentlich eine riesige Chance. Ich glaube ehrlich gesagt, er, wenn, also ich bin ja auch bei meinem Tipp bei Dortmund, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Leipzig auswärts gewinnt. Sollten sie aber gewinnen, können sie sich mit vier Punkten von Dortmund absetzen jetzt schon. Ja, das ist krass. Also es wären richtige Big Points für sie. Nächstes Spiel Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Das wird immer schwerer, ey. Das ist wirklich aber auch ein Brett. Also das Spiel ist wirklich ein Brett. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das ist ja Sonntag, ne? Ja, das müssen wir eigentlich. Das ist leider Sonntag, aber eigentlich müssen wir das streamen. Das ist einem bestimmten Augenschmaus, dieses Spiel. Eigentlich muss Leverkusen jetzt natürlich nach dieser bitteren, wollte ich schon sagen, Niederlage gegen BVB, weil so hat es sich ja angeführt bei den ganzen Torchancen und Spielanteilen. Die müssen das gewinnen, wenn sie weiter um die Meisterschaft spielen wollen, weil sonst wird Bayern zwei Siege holen und sie sind wieder komplett vorbei. Ich glaube auch, dass wir die Wichtigkeit begreifen werden. Ja, glaube ich auch. Ich weiß halt nicht, was bei Stuttgart passiert. Wenn Stuttgart jetzt auf einmal Dortmund, was nicht komplett ausgeschlossen ist, 3-0 aus dem Pokal wegfegt, weiß ich nicht, was das für Kräfte aussetzt. Dennoch Leverkusen unter der Woche gegen Paderborn. Ich glaube, es wird am Ende ein 2-1 für Leverkusen. Aber ich würde Stuttgart nicht unterschätzen. Ich glaube, Stuttgart ist eine... Also vor diesem letzten Spieltag habe ich Stuttgart eher zugetraut, Leverkusen Punkte wegzunehmen als Dortmund. Weil Stuttgart wird mitspielen wollen. Glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass das Spiel 3-2 für Leverkusen ausgeht. Tippen wir immer ein, damit es attraktiver aussieht, klar. Ja. Aber ein Torunterschied, da bin ich auch dabei, weil ich würde Stuttgart eben auch nicht unterschätzen. Ich glaube aber, dass das spielerische Element von Stuttgart sogar Leverkusen vielleicht ein bisschen die Karten spielen wird. Kann sein, ja. Und bei... Das muss man halt sagen, Leverkusen wird definitiv das Tempo besser ausnutzen als wir. Also, ich weiß nicht, wie es bei Ito aussieht. Ich glaube, dass der weiterhin fehlt. Du rennst halt da auf, zack, du und Anton. Anton hat sicher ein super Stellungsspiel, toller Zweikämpfer, Spielaufbau auch gut. Aber sind beides keine Tempomonster. So. Und wenn die dann da auf einmal so einen Frimpong reinzieht oder Grimaldo, der sehr gerne in die Mitte zieht, auch ein Bonifaz hat ein sehr, sehr gutes Tempo, dann kann das schon unangenehm werden für die Stuttgarter. Das muss man halt auch so sagen. Auf der anderen Seite wird es für Leverkusen wahrscheinlich schwer werden, wenn Stuttgart eben das Tempo verlagert und dann über Führig und Silas zum Beispiel kommt. Und die es schaffen wirklich mit beiden mal hinter Grimaldo und Frimpong zu kommen. Dann ist natürlich auch Platz da. Aber nicht vergessen, Leverkusen hat verdammt schnelle Innenverteidiger. Also das ist halt so, dass da merkst du wirklich bei Leverkusen, was Tempo auch ausmacht in dieser Rückwärtsbewegung. Ich sage 3-2 Leverkusen, knappes Spiel. Trotzdem spielt Stuttgart eine tolle Saison und die werden auch weiterhin oben mitmachen. Aber hier das, ich glaube, das wird nicht reichen für Stuttgart. Für, doch, wird nicht reichen für Stuttgart. Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch einen Abstiegskracher. Ja, auch wirklich Kracher. Ja, Köln gegen Mainz und das ist ja eine richtig interessante Nummer eigentlich. Ja. Wer spielt sich jetzt, also spielt sich jetzt Mainz vielleicht auch mal frei und holen Punkte oder Köln nach dem letzten Sieg, gehen die jetzt weiter und holen den zweiten Sieg in Folge. Das wäre natürlich überragend für die Kölner, muss man auch so sagen. Ja. Ähm, also mein Bauchgefühl und ich sage es ganz oft ehrlich, ich glaube, so oder so erwartet uns hier ein sehr, sehr knappes, enges Spiel. Okay, aber ich glaube, dass die Kölner aufgrund des Sieges letzte Woche zu Hause im eigenen Stadion mit mehr Leidenschaft, mehr Kämpferwille das Spiel für sich entscheiden werden. Und ich glaube trotzdem, dass Mainz die spielerisch attraktiver, bessere Mannschaft ist, aber sage aufgrund eben dieser Kämpferrische, dieser Leidenschaft, wird der 1. FC Köln gewinnen und sage 2-0 für den 1. FC Köln. Also Köln hat ja auf jeden Fall verdient in Darmstadt gewonnen. Und wenn man sich mal die Klarheit der Torchancen dann gerade in der zweiten Halbzeit angeschaut hat. Ich muss halt trotzdem sagen, Mainz hat ja gespielt gegen, gegen wen hat Mainz noch mal gespielt? Äh, das siehst du ja mal, das ist ja schon wieder, wenn da eine Woche mehr... Mainz hat gespielt gegen Freiburg, wo sie ja so unfassbar viele Chancen haben liegen lassen. Also wenn sie sich so viele Chancen erarbeiten, glaube ich, werden sie auch mal irgendwann Tore schießen. Ich bin hier tatsächlich bei einem 1 zu 1, weil ich glaube, wenn das Spiel jetzt in Mainz wäre, würde Mainz gewinnen. Kann mir auch vorstellen, dass Köln ein Heimspiel zieht, aber ich fand dann trotzdem, wenn man sowas überhaupt vergleichen kann, die Leistung von Mainz in den letzten Wochen beeindruckender in den Spielen als von Köln in den Spielen, auch wenn Köln ja auch Punkte geholt hat. Aber klar, das Heimspiel, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, die werden alles reinwerfen. Vielleicht gewinnt Köln auch, ich bin aber bei einem 1 zu 1. Ich glaube nicht, dass da viele Tore fallen. Mainz hat ja 0 zu 0 gegen Darmstadt gespielt, 1 zu 1 Hoffenheim und dann 1 zu 0 jetzt gegen Freiburg verloren. Und vorher 2 zu 0 gegen Leipzig. Genau. Sehr, das ist ein super interessantes Ding. Du hast 1 zu 1 gesagt, oder was? Ja. Ja, Sievert bleibt ja jetzt Trainer bis Winter und dann wollen sie neu entscheiden. Ich bin mal gespannt. Ja. Tja, was tippe ich denn ein? Soll ich mir jetzt hier... Na, mach Köln dann. Wir haben mehr Tore. Ja, okay, dann machen wir Köln dann. Ich habe eigentlich 2 zu 2 getippt. Dann machen wir eine Ergebnisänderung, aber ich habe ja 2 zu 0 gesagt, dann machen wir 2 zu 1. Dann ist es so ein bisschen von beiden etwas dabei. Ja. Und dann schauen wir mal. Erstmal, das hier sind jetzt unsere Tipps. Jetzt seht ihr die auch mal gerade kurz. Alle eingeblendet. Und dann gehen wir mal zur Tabelle. Jetzt wird es interessant. Leverkusen auf 1 mit 38 Punkten. Bayern auf 2 mit 35. Wie gesagt, ein Spiel weniger. Das werden wir ja jetzt bis Januar dann immer sagen müssen. Stuttgart auf 3 mit 30 Punkten. Immer noch dann auf 3. Mal nach unseren Tipps, was ja auch gut ist. RB Leipzig 27 Punkten auf 4. Dortmund 26 Punkte auf 5. Also Dortmund 5 da mit 26 Punkten. 12 Punkte hinter Leverkusen. Das ist natürlich dann auch eine Wucht, sage ich mal. Und dann können wir mal einen Sprung machen und gucken uns mal die Tabelle an. Ab hier Tabelle 12. Heidenheim mit 14 Punkten. Punktgleich mit Bochum 14 Punkten. Danach kommt Werder Bremen auf Platz 14. Punktgleich mit Platz 15 mit 12 Punkten. Dann kommt auf dem Relegationsplatz, Platz 16, Union Berlin mit 10 Punkten. Aber auch einem Spiel weniger. Und nur wenn sie gewinnen. Jaja, das wäre jetzt mit einem Sieg. Und dann kommt Darmstadt auf 17 mit 9 Punkten. Und Mainz auf 18 mit 8 Punkten. Also es wird spannend. Das kann auch alles komplett anders aussehen da unten. Ich freue mich auf die beiden Spieltage. Sowohl Zweite Liga als auch Bundesliga. Sehr, sehr interessant. Und lasst gerne mal eure Tipps da, würde ich vorschlagen. Genau. Und ein Däubchen da oben dalassen. Abo dalassen. Wir sind auf dem Weg zu den 6.000 Abonnenten. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. So sieht es aus. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.